Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kommt rein! Ich bin Anja. Ich bin André. Wir haben zwei Kinder. Die Lasse ist vier und die Lea ist jetzt ein Jahr alt. Wir fühlen uns hier sehr wohl, auch in unserer Wohnung. Und in Berlin überhaupt. Wir haben auch schon so unsere Routine. Holen Lasse aus dem Kinderladen und gehen ganz oft auf den Spielplatz. Dann wird gegessen und dann kommen die ins Bett. Mein Lieblingsplatz ist eigentlich so der Sofabereich und der Küchenbereich. Besonders schön finde ich auch jetzt den kleinen Sitzplatz im Wohnzimmer am Fenster. Wenn wir abends hier auf dem Sofa sitzen, ist es sehr hell. Also wenn wir das große Licht anhaben. Oder wir haben halt die Stehlampen an, aber die machen halt noch so ein ungemütliches Licht. Wir lesen viele Bücher vorm Schlafengehen, auch mit Lasse. Und dann wäre es halt einfach schön, wenn man das so als Tagesabschluss auch halt so richtig schön gemütlich machen könnte. Weil Lasse hat gestern oder vorgestern gerade gesagt, ja, Mama, hier ist es viel zu hell. Ich kann hier nicht einschlafen. Also bei den Schafronix, als ich den Raum das erste Mal betreten habe, das ist ja eine wunderschöne Wohnung. Die Allgemeinbeleuchtung ist einfach zu hell für sie. Sie können sie nicht dimmen. Das Licht über dem Arbeitsplatz, wo sie Licht bräuchten, ist eigentlich zu gering. Und für Anja war wirklich so dieser Wunsch, dass sie mit den Kindern da sitzen kann abends. Dass es leichter fällt, dass sie die Kinder dann ins Bett bringen können. Neben dem Sofa stelle ich die Cranny von Lirio hin. Das Besondere am Cranny ist, dass es ein sehr helles Licht geben kann. Es ist aber dimmbar. Im Wohnzimmer werde ich die Cellolampe von Philips hinhängen. Und zwar kommt die direkt über den Arbeitsplatz, um den Raum dort als einen Raum zu gestalten und optimales Licht auf die Arbeitsfläche zu geben. In die Finn Stehlampe, die wir neben das Sofa stellen wollen, werden wir eine LED-Lampe reinmachen. Das Licht ist sehr warm und wir schaffen es wirklich, Energie damit einzusparen. Für die Küche habe ich mir eine kleine Überraschung ausgedacht. Und zwar gibt es hinten an der Wand ein Brett, oben gibt es ein LED-Stripe, nach unten gibt es einfache Spots. Und die Kombination gibt dem Raum das, was benötigt wird. Das ist genau unser Geschmack. Das ist genau unser Geschmack. Super schön, Wahnsinn. Das ist genau unser Geschmack. Wirklich. Das freut mich. Das ist genau unser Geschmack. Super. Ja, es ist super schön. Man stellt sich ja was vor, irgendwie vorher, aber dass es dann so schön wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Alles hat was und alles ist irgendwie total schön. Ja, also Küchenbereich, gigantisch, fühlt sich komplett anders an. Jetzt kann man auch mal kochen, wenn die Sonne untergegangen ist. Und ich glaube auch besonders gut die Leselampe in der Küche, weil da haben sie sich gleich positioniert und getestet, wie man da Bücher lesen kann. Jetzt endlich können wir das große Super, was wir extra haben, auch so nutzen, wie wir es immer nutzen wollen oder wollten. Und machen das auch total viel, dass wir hier sitzen und das ist super. fucks $5. fvt. ff. Untertitelung des ZDF, 2020